Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Marisco Video Tutorial Serie. In diesem Video werden wir Ihnen zeigen, wie Sie auf die Marisco Software zugreifen und wie Sie ein Benutzerkonto anlegen können. Den Link zur Software finden Sie auf der Homepage der Marisco Methode www.marisco.training unter der Rubrik Marisco Software. Nachdem Sie den Link geklickt haben, öffnet sich dieses Fenster. Sofern Sie bereits ein Benutzerkonto haben, können Sie sich hier einloggen. Ansonsten klicken Sie unten und richten ein neues Benutzerkonto ein. Sie müssen dabei nicht alle Felder ausfüllen. Es reichen der Name, Nachname, Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort. Dennoch empfehlen wir, Ihre persönlichen Informationen zu hinterlegen, da es später die Zusammenarbeit mit Ihren Teamkollegen erleichtert. Oder auch den Austausch mit anderen Institutionen und Projekten. Sobald Sie alle Informationen eingetragen haben, die Sie eintragen möchten, klicken Sie auf den Knopf und speichern. Und sie müssen dort erzählen, da es später die Zusammenarbeit mit Ihren Teamkollegen erleichtert. Sobald Sie uns in der Medienpäckung sehen, also nach dem Flippenden, Chirpenden, 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 Chirpenden und Chirpenden. Sobald Sie einen neuen neuen R-Ten-Hausch mit Ihnen auf die Wohnz相信. Sie können in den Seiten einer Krippenstange nehmen, dann haben Sie versichern. Sobald Sie sich zum Beispiel. Sobald Sie einen Neufzen, sich hierzu der Automallenge.